Ja, ganz cool. Genau in die Richtung muss es jetzt schreien sein. Und da ist er. War nicht eingefroren, nicht versteckt. Kimakusasa-Schrein. Ich habe schon lange keine mehr von den Federmäusen gesehen. Und ich brauche leider noch drei oder fünf von denen Eis schwingen. Eine schwierige Kraftprobe. Mit zwei Bombenpfeile. Letztes Mal habe ich mich einfach gedrückt von der Kraftprobe. Moment, ich muss mich gerade auch noch umziehen. Okay. 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 Mit mehr Waffen. Und seht ihr auch die andere Änderung? Es gibt keine Steine. Oh, sehr schön. Okay. 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 Ich habe r' 연락. Das war's. Das war's. Scheiße, zu lang gewartet. Ow, ow, ow. So, wo ist unser unser, genau. Ah, durch Elektroangriffe kann ich das sogar abbrechen. Oh, das war's. Was hab ich noch für ne Waffe? Ähm, Bohrer. Ja. Wächterlanze plus plus, Wächterachs plus plus, Wächterschild plus plus. Ja, jetzt kann ich alles meistern. Niemand kann Link jetzt noch aufhalten. Außer Altersschwäche. Und selbst dann gehe ich einfach in den heiligen Schlaf. Übrigens 50% der Scheine jetzt gemacht. Es gibt nur noch 59 andere. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh Oh man Wieso schreiben so wenige Frage im Chat Wahrscheinlich weil gerade wenige einfach schreiben Hier ist immer ein bisschen stiller Obwohl ich heute sehr viel Beziehungsweise heute hatte ich zwei wirklich Kritische Kommentare Wo die Leute gesagt haben Spiel doch mal wieder mehr Strategie Ich muss sagen zur Zeit Spiel ich halt einfach Zelda gerne Und anderen Kram Oder spiel halt mit den Mit dem Mod Team ganz gerne mal was Ich werde bestimmt auch wieder Strategie spielen Aber nur nicht Diese Woche Und ich weiß an sich Ist das fehlerhaft also Die Branche beziehungsweise der YouTube Markt ist halt In allen Bereichen gesättigt Nur der Strategiebereich da gibt es halt eigentlich Niemanden Oh da ist wieder so ein Leune Oder wie auch immer Och komm schon ey Jetzt verarsch mich nicht du dämlicher Wolf Ich geh jetzt einfach weg Du gehst in eine andere Richtung Ich muss auch kein Fall verschwenden für dich Mifas Gebet ist bereit Wenn du es brauchst Der Plan wird eh voll sein Jetzt noch Zelda Und Wildlands Und dann kommt noch Mass Effect Vor allem Aber Mass Effect hat halt ein Sag ich mal ein schnelles Ende Also typisch BioWare Manier Wirst du wahrscheinlich Nach 60-70 Stunden Wie bei den Vorgängern Irgendwann durch sein Ach nööö Ich werde bestimmt nochmal Strategie spielen Aber es muss halt wirklich sagen Zur Zeit Ich habe mir zwischendurch überlegt Ja solltest du vielleicht mal ein Video machen Wie Zelda dein Eigentlich dein Dein Spieltrieb gerettet hat Weil ich muss sagen Zelda Hat wirklich so wieder den Spieler in mir geweckt Also von durch und durch Ich bin so Glücklich einfach Ich habe Ich freue mich einfach Wenn ich Zelda spielen kann Und es macht einfach Spaß zu erkunden Und ich finde es einfach super und toll Und Das hat wirklich so wirklich Das Kind wieder in mir geweckt Sag ich mal Da oben Da vorne ist ein Schwert ein riesiges Ich weiß dass die Wächterinnen So Schwerter hatten Oh du bist eine Falle Komm raus Und ich glaube nur Nintendo Kann wirklich nochmal so Das Kind in einem wecken Weil es einfach tolle Spiele sind Also ich bereue keine Sekunde Die Switch gekauft zu haben Auch wenn es nur für Zelda im Moment ist Und eigentlich sonst gerade nur Müll kommt Bis halt endlich Mario Kart rauskommt Geh mal zu dem Schwert Ich glaube das ist das sogar Ich war halt eine Zeit lang doch schon gefrustet Und dann muss man halt einfach mal was anderes machen Um wieder so ein bisschen zu sich selbst Na zu sich selbst zu finden Ist vielleicht das falsche Wort Aber einfach mal um sich so ein bisschen Um wieder so ein bisschen besser klar zu kommen Ach das Schwert markiert einen anderen Gerudo Zweihänder Womit du einfach nichts anfangen kannst Und dann muss ich es Es tut nicht so, als wenn du mich sehen kannst gerade, weil das wäre total kacke. Da habe ich keine Lust drauf. Link führt immer gerne sehr große Schwerter. Aber nochmal zu den Kritikkommentaren heute. Also es gab glaube ich ein Kommentar, was in die Richtung ging, dass ich jetzt durch mein Alter unreifer werde. Wo ich dann denke, ja sind wir nicht alle mal ein bisschen unreif, aber sei dahingestellt. Auch das ging so ein bisschen in die Richtung von, ja Proof allein gucke ich dann ganz gerne, aber Proof mit anderen ist schlimm. Wobei dann kann ich das nicht als Kritik für mich sehen, weil da ist das eher Kritik für meine Mitspieler. Für Yorde und so. Da muss man sagen, dass eigentlich das Zelda spielen, auch wenn die Viewzahlen natürlich jetzt nicht gut sind. Auch wenn ich die LP Teile hochziehe, aber es sind ja meistens so 200 Leute, die mal immer zugucken im Livestream. Deshalb sehe ich das auch doch ganz locker. Der Kanal eigentlich dadurch ganz gut gewachsen ist die Tage. Also wir haben ein paar Leute dazu gefunden, neue. Jetzt der Mondseel ist auch interessant für uns. Und warum nicht? Es ist halt mal was anderes einfach. Au. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, boah ich spiele das, worauf ich gerade Bock habe und wo ich Spaß dran habe. Und ich bin dem, glaube ich, ziemlich treu geblieben. Man könnte natürlich jetzt sagen, boah Zelda, das ist ja voll klickorientiert, weil das ist ja voll das Hype-Spiel im Moment. Das Triple-A-Titel im Moment und total super und na klar ist das super. Aber es bringt mir eigentlich nichts. Es ist sogar sehr negativ. Ah nein, das war nicht der Sonderschüler-Kommentar, der gerade im Chat erwähnt wird. Da hat irgendjemand geschrieben gehabt, auch unter White Lens, vier Sonderschilder sind vier zu viele oder irgendwie sowas. Aber über sowas musst du halt drüberstehen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Da sind Leute, die schauen sich das Video an und man hat halt deren Geschmack gerade nicht getroffen. Man muss ja immer dran denken, du hast halt nur, sag ich mal, diese, sagen wir mal die ersten 15 Sekunden oder die erste Minute hast du Zeit, wirklich jemanden zu überzeugen. Zu sagen, okay, pass mal auf, wir spielen hier White Lens und so und so läuft das und das, und vielleicht findest du das gut, wie wir das machen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann musst du gucken, ob ein anderes LP dir Bad zusagt gerade. So läuft halt, YouTube. Ich hab auch keine Lust, Line zu verfallen und zu sagen, boah, ich mach jetzt 8000 Videos irgendwie. Guck mal, das waren die fünf besten Strategiespiele, das waren die zehn besten Bosse, das waren die fünf tollsten Momente und sonst so weiter und so fort. Das Geile ist, wenn du bei der Bild-Zeitung zum Beispiel mal eine Seite runterscrollst, hast du genau denselben Scheiß. Also, ich weiß, wir machen, also beziehungsweise, man kann nicht mal die Produzenten sagen, dass das deren Fehler ist. Also, jetzt sind wir schon wieder beim YouTube-Thema, ich weiß, ich kann mich dann immer ganz gerne da kaputt reden dran. Weil es funktioniert ja, die Leute wollen das ja sehen. Weil sonst wird's nicht gemacht werden. Es ist ja nicht so, dass die, ähm, dass die Leute vorbeikommen und sagen, ey, cool, der macht ja was ganz anderes jetzt als alle anderen, weil das gibt's nicht. An sich machen die meisten dasselbe wie die anderen auch. Und wenn jemand mal eine gute Idee hat, ist das eh von, sag ich mal, großen YouTubern ganz schnell auch kopiert. Weil die dann Sorge haben, dadurch irgendwie was zu verlieren. So zum Beispiel damals diese ganz große Sache, let's draw dein, äh, let's draw your life und all so mumpels. Wo dann die Leute gesagt haben, ja, willst du dein Leben nicht mal malen? Also, auch so ein let's draw your life machen. Da hab ich gesagt, ja, sorry, ey, ich bin, da war ich, glaub ich, 31, als du gerade so der Trend kam, oder 30. Mein Leben ist ein bisschen länger als das von einem 18-jährigen YouTuber. Da kann ich direkt irgendwie 10 Parts machen. Mach mal ein let's play mit Drachenlord zusammen. Das wird meinen Arbeitskollegen wirklich freuen. Aber Drachenlord spielt auf der Wii U. Vor allem kann ich Drachenlord nicht ernst nehmen. Also, ich weiß nicht, wo ich den einordnen soll. Metal finde ich ja noch gut. Aber Drachenlord, ich weiß nicht, ob der Metal gut tut. Ich spiel vor allem auch lieber mit der Community oder mit meinen Mods. Das hat sich einfach so etabliert, weil, ähm, man muss auch immer sehen, man kriegt halt sehr viele Anfragen, auch immer mal wieder von Leuten, von denen man noch nie was gehört hat. Und du merkst halt einfach schnell anschreiben, dass die sich weder mit deinem Kanal auseinandergesetzt haben, sondern einfach mal mit einem YouTuber rumhantieren wollen, der ein bisschen größer ist. Um dann mit dem Party zu machen. Na, Party sei mal nicht, sondern um eigentlich bekannter zu werden. Ist ja auch in Ordnung. Wenn man sowas machen will. Aber deshalb mach ich höchstens mit Leuten, die ich auch kenne oder kennengelernt habe. Oder halt mit euch, direkt mit der Community, weil ich da einfach da finde, das ist, äh, das ist angenehmer. Das macht doch einfach irgendwo mehr Sinn. Als dass ich mich mit irgendwen dann zusammen hänge, der vielleicht dann irgendwie in meinen Arsch drin steckt, zwar bis zum Ellbogen. Mit der Hand. Und, äh, dann aber irgendwann sagt, ja, nee, äh, ich hab jetzt keine Lust mehr hier mit dir zusammen was zu zocken, sondern jetzt mach ich mein eigenes Ding. Und ich nehm übrigens auch das und das mit. Und da hab ich einfach keine Lust drauf. Das ist so viel in anderen YouTubern immer passiert und... Wenn du mit ihm zusammen arbeitest, bekommst du einen Popularitätsschub. Ja, aber ist egal. Ich hab auch nie versucht, mit größeren YouTubern was zu machen. Den einzigen, mit dem ich mal immer mal wieder, äh, gesprochen habe, war halt auch Walle Gaming. Der ja auch größer ist als mein Kanal. Mit dem würde ich was machen, aber weil ich ihn jetzt schon seit zweieinhalb Jahre kenne und wir uns immer sehr gut verstanden haben. Und das sind halt immer die Sachen, die die Leute dann nicht verstehen. Ihr müsst sagen, man geht wirklich auf eine Audiency von irgendwie YouTube oder sonst irgendwas und dann sagt, wird dir gesagt, ja, du musst was mit anderen YouTuber machen, weil darüber wächst du halt schneller. Es ist halt einfacher, darüber bekannt zu werden oder auch eine Zielgruppe zu finden, indem du halt einfach, sagen wir mal, jemand in den Arsch reingehst. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Aber ich habe keine Lust auf sowas, weil mir ist egal, ob du 10, 15 oder 100.000 Abos hast, das sagt nichts über dich aus. Ich muss mal eben gucken, was ist denn überhaupt anders bei den beiden. Ah, ich sehe. Richtig, will ich mehr Abos werden, muss ich nur Schminkvideos hochladen, obwohl, äh, ich glaube, Beauty, Beauty irgendwas Palace, ne, Babys Beauty Palace hat schon ewig keine Schminkvideos mehr hochgeladen. Ach, man muss halt schockieren, du musst auch unglaublich viel, sag ich mal, von dir preisgeben, damit die Leute glücklich sind. Also, viele Kanäle sind einfach nur Big Brother 3.0, nur, dass du halt wirklich, die Leute machen es freiwillig. Also, die Leute, äh, bringen die brisantesten Details über ihr, also über ihr Leben, offenbaren sie. Und das für umsonst. Einfach für umsonst, ey. Früher beim Big Brother Haus konntest du wenigstens was gewinnen. Und ohne zu wissen, ob du damit Erfolg hast oder nicht, äh, knallen die da Sachen rein teilweise, wo du sagen kannst, okay, Arbeitsmarkt, der freut sich nicht, wenn du mal irgendwann Zeit hast. Beziehungsweise, wenn du mal irgendwann da rauf bist. Wenn dann irgendjemand mal das Video findet und dann sagt, äh, okay. Man sagt zwar, dass du in Deutschland, äh, aber, gute Geschichte, gerade hier, warte, ich brauch das Feuerschwert. Ach, scheiße, die nehmen gar nicht, ähm, das Element an. Ach, doch, wenn ich da einfach nur über den Schleim drübergehe. Ach so, krass. Also, kann ich die einfach so töten und dann das so verändern? So, jetzt war ich kurz abgelenkt vom Spiel. Unglaublich, ich bin vom Spiel mal abgelenkt. Richtig, Gronkh hat wirklich den Luxus, genau das zu tun, worauf er gerade Bock hat. Weil einfach er auch finanziell so weit abgesichert ist und, ähm, ja, er macht einfach, ne. Er hat auch den medialen Hype dann gehabt, dass wirklich, glaube ich, jeder eigentlich ihn abonniert hat, aber... Gucken tut er ja auch nicht mehr, jeder. Oder halt nur, worauf er, äh, worauf die Erläutern gerade Bock haben. Aber Gronkh hat auch ne sehr, konstig, sag ich mal, mir hat mal jemand gesagt, ich kann, er kann heute in ein Gronkh-Video reingucken oder in ein Gronkh-Video von vor vier Jahren. Und es hat einfach dieselbe Qualität, es hat sich nie verändert. Und es hat sich nie verändert, es hat sich nie verändert.